leider immer sogar dach gehabt man geht komplett weg also wirklich komplett von der suche weg der macht man jedes mal immer und immer wieder das müsste man wirklich machen sie haben mich jetzt verfolgt aber ist ja wurscht zum beispiel sagt sagt und wecker und wecker so schnell wie es geht hätten wir wenigstens schon mal zwei und dann das glück jetzt unbedingt auch noch riskieren und tschüss oh fuck oh shit warte muss ich mich da tue ich danke schön so und tschüss ja wie auch immer gewinnt man die quasi so stürzen dort ja 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 dass man die da so mehr macht da denk ich mir auch wieder was geht da ab da ja 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 damit man dann immer da so sag und tschüss und weg dass man er dann auch heimlich angreift also man muss ja auch mal ein bisschen denken oder also denken kehrt dazu allein schon wenn du dich da so hin und her schwingen kannst du halt das da ich glaube ich würde es von jetzt auf mir jetzt aber ein bisschen kann man das öffnen alter allein und ist keine wege zu viel extra wege da bist du nahmisch Ich kann dir das auch wieder schaffen. Bevor wir da eigentlich meierigen, sollte ich jetzt... Sollte ich eher schauen, dass ich dann doch lieber... den... ...meier mach, den ich eigentlich geplant habe. Aber ist ja aufgeschneidert. Ah, scheiß drauf! Ah, ist schön. Also jetzt haben wir glaube ich vier Wege, alter. Die Echse zählt nicht, die haben wir nie kennengelernt, okay? Die Echse haben wir nie kennengelernt. Oh, fuck. Ich muss noch mal was zum tun. So können wir das aussehen, gell? Oder? Gott sei Dank komme ich zurück. Gott sei Dank. Ich kann nämlich sehen. Er sucht mir aber nicht nochmal. Er kann mich eigentlich gar nicht mehr sehen. Ich war ja noch mehr in dem Bereich dort. Ich kann mich auch öffnen, gut zu wissen. Okay, da kommen wir dann auch wieder zu irgend sowas hier. Da mal das, da mal das. Wieder brav gesammelt. Also nicht, was uns da jetzt wieder hinführen sollte, aber... Finde ich mal interessant. Aber wieder so ein Weger, gell? Wo du... Wo du nix machen kannst. Weißt du, das ist da so Traditionen? Dass man da einfach so ein... Ganz... Kamerl da macht, wo du nix hieß. Also da, ja, da hättest du ruhig was zum Schwingen machen können. Definitiv. Können wir von da auch schaufeln? Nein. Gönheit. Damit ich dann wenigstens den einen dann noch heimlich und dann den anderen dann noch heimlich machen kann. Passt. Die werden wahrscheinlich eh u-extrem schon sein auf mich. Man merkt sich ja schon von weitem. Man merkt sich ja schon von weitem. Bis die ja einen kleinen Kick auf mich haben, gell? Ja. Oh mein Gott. Das ist aber froh, dass der nix werfen kann. Dass der wenigstens ein leichter Sinn... Oh shit. Das ist aber froh, dass er wenigstens ein bisschen einfach ist. Ähm, voll. Könnten wir eigentlich ja eigentlich voll umtauschen. Göttliches Konfetti. Ja, wir haben viel Zeug, mit dem wir sich überhaupt nicht ausgehen. Definitiv. Also wieder komplett wecker. Ja, wir haben sich da komplett ins Wasser. Alter, der hat sogar... ...nein Leck mit da am Sippy. Der hat lieb'n Fall nur noch, weil er ins Wasser gefallen ist. Also da fühl' ich mich da schon ein bisschen verurscht. Weil man ständig gedacht hat, ja, kann ich eh so weit springen, wie er will. Und jetzt? Alles. Nur Lügen. Alles. Alles. Gibt's ja nicht. Alles sind nur keine Lügen. Ah, oh tschüss. Hahaha. Oh, kavec. Oh, who does? Oh, who does? Oh, ja, da sollte er aufpassen. Ah, fuck. Der, der kann jetzt mehr aushalten, hab' ich so das Gefühl, oder? Ja, wie kommt's doch vor, wie könnt ihr mehr aushalten? Oh, 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 oh. Ich bin noch ein bisschen nervös. Nee, 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 nee. Ah, da, ja, da, da, da kriegt er mich jedes Mal. Du mehr. Und tschüss. Yes. Yes. Ah, mit dem Blut da so einfach auf's... Oh, geil. Einfach so richtig schön befriedigen. Einfach so auf dem Boden mit dem Dreck da und tschüss, Papa, mit dir. Göttliches Gras? Ein kleiner Teil ist uralt, die alte Erde, die er... Aha, für die Medizin. Göttliches Gras. Ich glaube, da sollte man sich sicher definitiv auch so einen kleinen Ratgeber suchen, wusst. Aber es sollte nicht geöffnet werden. Nein. Nein, bitte. Ich habe mich schon gefreut gehabt, dass wir das Titel eröffnen können. Da muss ich definitiv gegen die Hand treten. Definitiv. Da muss ich, da muss ich kämpfen können. Ah, wir nicht. Da versteckt sich sowieso ums Ecke. Was? Schön aggressiv, da kann ich mal vorangehen. Ach Gott sei Dank ist der auch wegfallen. Gott sei Dank ist der auch wegfallen. Oh fuck. Ah, geklappt. Geklappt. Hallo. Ah, wir wollen den Neid unbedingt kriegen. Wir wollen den Neid kriegen. Alter. Du Hurenkind, du. Du verbrunsteres Hurenkind, du. Leck mich da am Arsch. Bist du Nagisch? Also. 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 Muss ich wirklich schon sagen. Bist du Deppereiter? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Boom. Boom. Da geht's schon wieder zusammen. Manchmal. Wenn ich immer ganz so denke, da sind so viele Gegner, dann... ...tue ich immer so unüberlegt kämpfen. Unnötlich, dass ich jetzt eigentlich so viel Leben eigentlich verloren habe. Prinzip. Geht's denn da wieder weiter? Oh, da geht's. Aber du gehst jetzt wieder ahh. Super! Super! Gibt es wieder so ein Tunnel-System? Schön! 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 Einmal geht es an! Einmal geht es an! Einmal geht es an! Einmal geht es an! Dass du überhaupt noch ausgehst! Später ist eine gute Frage! Machen wir mal ... Oh! Oh! Da wird schon fleißig herum geschossen! Sollen wir bitte für einen Warfare, ey? Da bist du, Mario! Der macht einen Dauerschutz da! Wieso? ist ja noch mal wecker alter von wo schießt denn der noch oly moly schießt dies ne das war klar wie interessant die seiten darf ich nie interessant was da wieder weitergeht so heilung können wir ja sowieso dabei noch machen dabei was perfekt sind wir dann da wieder sein Ah, was? Ah, das ist eh so einfacher. Das ist eh. Ähm, hat der mich jetzt so nah? Ja, dann chill, Bro. Chill einfach mal, gell? Also, ich komm doch eh nur zu dir. Hä? Ich will schon unbedingt zu einem geh, weiter. Ich will unbedingt den fertig machen. Nein, einmal. Zweimal. So, einmal. Zweimal. Kum, 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 kum. Ecker. Ha, 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 ha. So, oh, man. Ja, ich hab den Schlüssel sogar. What the fuck? Nice. Wie hast du es vermiert und durchzuschießen? Geil. Ne, schauen wir mal. Was haben wir denn da schönes? Ja, das ist kaputtes Horn. Ach, okay. Ja, wenn man sich dann irgendwann mal besser auskennt, dann denkt man sich schon so, ah ja, das hab ich gekriegt. Na, das ist super. Aber im Endeffekt denk ich mir jetzt halt in meinem Fall halt. Wo ist das? Oh fuck. Damit hab ich nicht gerechnet, dass der Große das sein wird. Na, das ist nicht. Das ist definitiv nicht. Dreh dich um, dreh dich um, die Wichser. Dreh dich einfach um, na. Krass. Und weg. Und... Alter, das der... Na, der... Da war noch einer. Leck mich am Sippy. Da war noch einer. Gepitte, Alter. Oh shit. Es geht's rum in der Wege. Wahnsinn. Dann kommst da wieder. Na, da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist... Ui, 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 ui. Ähm... Ja, Fähigkeiten. Wir schauen es denn aus. Wir haben einmal die. Unterdrückung, Bewegungsgeräusche unterdrücken. Ja, das ist sicher nicht schlecht. So was wie dieser Todeschlag ist jemals schlecht, finde ich. Dieser Todeschlag ist jemals schlecht. Ähm. Was wollen wir denn da ausrüsten? Sag mal vor, neid. Na gut, Leute. Dann hätte ich gesagt gehabt. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und. Ciao.